Hallo, in der Zukunft ist eine weitere Folge live in the woods. Alles klar. Ja, Martin holt sich irgendwas runter. Keine Ahnung was. Ja. Ja, akk-kam-kam-kam, ich hab' grad gedacht. Ha 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 two. Ja, es ist da hallo Freunde... Äh, lol. Ich upper spätet. Tööööse. Philipp, ist schon.. äh, nein äh... ich muss ich ach du steckst es dir richtig in den bund ok in meinem haus jetzt nicht mehr ich habe alles gebraten zu euch das kann nicht sein denn sonst noch nicht tun das kannst du einfach der mutierende baum vorsicht der mutierende baum greift dich an ich gehe jetzt in den pool ich suche rinder rinder die rinde habe ich vorhin gefunden und getötet ja die sporen aber nach hier ist noch eine große höhle und hier fahrt ich fast rein da war die selben grünen hat dann den marken n ja die regen auf mega auf da kann ich es aber man kann hier so viel das ist auch genial was kann was kann man sehr viel entdecken doch war mit ihr spaßbremden okay nein nein sie jetzt hat sie nicht gelacht nein was ich noch gar nicht in meinem keller ich brauche nur rindes roßfleisch das ist rindes roßfleisch wird schon in der nacht ne gibt es auch mit schweinefleisch das wäre genial das ist wie suchst du denn da wenn du zu kaufen ist der bringst du mit der ich schade geht also nicht mit romschweinefleisch ich habe wo ist das leider mit zu viel items wo ist das wo sind wir dort wo sind wir dort ich habe sechs zuckerrohr keine ahnung wo die anderen abgeblieben sind ja ich habe jetzt auch gerade ich brauche zu gehören weil ich brauche jetzt nämlich ein buch ich habe mein bücher ja aber ich habe zwei ds und vier obsidien ich mache jetzt in meinen keller brauche ich jetzt einen zaubertisch ja es ist effizienter jetzt am anfang lieber hat einer von euch rohs rindfleisch ja so wieso stehe ich immer noch kein haus und ich habe jetzt in den büchern mal ausgenommen ja ich glaube nichts daraus ist so was machst du in mein haus ich auch nichts daraus noch mal noch mal noch mal schlafen bitte ich bin doch am schlafen ist okay ja super danke das sind drei krieger und das nächsten hat sich ja cool angehört ok 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 hier sonst ist angehört und meins hätte ich mal wieso war einfach keine rinder mehr wenn denn es ließ das so heftig auch nicht so sechs sieben acht mal kann man denn alles klar man kann käse herstellen geile käse mein leben der ex hier ist es echt wenn das denn leben ist jetzt ja mein leben hat jetzt einen sinn vollkommen es gibt käse es gibt piranhas aua ah ah was soll ich sie jetzt erst nein ich bin da leider reingegangen obwohl ich piranhas gesehen habe ja jetzt mal gucken wie viel schaden die machen kann man auch dummheit ja weil es sehr bedeidigend für mich macht ja nichts ach nee alles klar ich finde einfach kein groß rindfleisch das läuft dass ich auch mein glück auch der ziel technischer fortschritt das gemacht pickies noch mehr das war aber der frühe der pickaxe und so nein ich habe schon welche gemacht nur ich habe mir jetzt drei auf einmal gemacht auch deswegen kriegt man erfolg weißt du weißt du da ist das spiel wieder gemeint ich gehe jetzt wieder auf tier suche ich habe aber meine rüstung an warum läuft denn hier draußen sind in skeletten rum es ist doch gar nicht nacht ausgespawnte kuh kuh und da ist die kuh macht mu nein es steht nicht hinter mir ich habe wieder schweine gefunden ich will euch mal was zeigen dafür brauche ich aber das was mache ich mit was das ist geil oh gott ich bin ich brauche wir brauchen auf jeden fall brauchen wir kühe bei uns im dorf ja ich aber du nicht bis ich glaube ich ich glaube ich mache etwas ganz großes auf das ist also wer hat angst vom bösen wolf bösen wolf seine mutter ok ok jetzt nehme ich mal deine mutter rein ich bin gerade gestorben yummy ein hamburger was mit einem schießball erst nicht geschafft du brauchst dafür das war mehr die pfanne dann brauchst du warte das dory unser essens und das habe mir vorgenommen dass jedes rezept einmal machen ach du scheiße wo bist du ich bin auf dem weg in deinem haus nein ok so warte ich schreibe mir das gleich direkt mal auf entschuldigung was wir schon gecraftet haben dann musst du die pickaxe nein ich meine an essen ich will jedes essen einmal haben also zumindest gemacht haben alles klar brauchst du ein bisschen lange ne ja aber nur bitte ja wir haben eh Zeit hier wir haben eh Zeit ich habe gesagt wir haben eh Zeit hier das wird ja jetzt wohl nicht in zwei tagen vorbei sein in vier tagen vielleicht nein ja so in vier tagen genau mir hat Spaß MLD und hier ist ein Piranha ey wie geil das einfach ist die pfanne geht sogar nicht kaputt ja guck mal hier warte Joellen wo bist du ich bin nicht im Dorf haha ich bin nicht im Dorf ich bin am essen farmen bislang ein effektiver auf der C1 2 2 Prozent kommen wir zwischen man fہren auf level A2 auf-ruhr an Prozent eigentlich ist es besser mals das mal mit seinem seinem Ehh nur ist natürlich nur nicht zu viel essen warum steht hier im vertraut 1525 ist ein level glaube ich was du meinst ich mal gerade im vertraut buch drin steht jetzt 15 und 215 und 2 das geht sogar fast auf hat immer noch ein eisener baum ja ich hab ja ich hab essen hier ich mache jetzt das war jetzt einfach hier in der kiste ganze eisener aus dem nein du guck mal runter ich gebe dir zwar ein buch ja und jetzt pack das mal hier rein und dann schütter rechts die zahlen ja das sind die level oder was ja ok soll ich dass wir auf level 5 level oder stärke 1 ist mir egal jetzt machen wir eine kiste platz sind wo wir die dann reinpacken also kohle ist immer wichtig ja es tut mir leider auch leid wie meine zuschauer aber das spiel das ist ein bisschen komisch wenn ich dann mal aufnehmen das leckte aber mir zu sehr das heißt ich mache mal drei vier aufnahmen und dann guckt ihr bei den anderen bitte bei euch vorbei das wollte ich mal dazu sagen weil das ist bei mir ein bisschen lecki das ist warum ich dann bei mir leckt auch manchmal aber das liegt daran dass die welt glaube ich laden muss dabei ich habe jetzt auch anders bei mir im keller stehen bis ich verarschen genau den anboss den wollte ich jetzt auch aber okay gut dann brauchen wir kann anders mehr ja ich habe alle ja ich bin der farmer und wieso ich brauche irgendwie philip ist recht schon so pro gamer alter das ist ja auch wie lange brauchst du denn das zuckerrohr aus dem wachsen hohenstein hatte ich noch ich hatte hohenstein habe ich das jetzt bei der kann leider nur klettern ja manchmal schweine also ich spreche nicht für martin ach schlafen auch und schnitt im wohnen und schnitt im wohnen ich hab jetzt mal wirklich geschlagen fuck was ich glaube ich würde die rechte vom tf entziehen nein warte warte ich werde ich das nicht sagen war halt Spaß und dann schreibe ich dahin der penis Philipp also ich hab jetzt ähm moment 57 kohle habe ich jetzt abgebaut gut ähm 7 eisenerz auch gut und bis jetzt hab ich äh nichts gefunden ich habe ein stack ähm ah ah und dann noch mal ein halbes im moment du blöde Krille willst du mich verarschen? du bist so nah so was brauchte ich jetzt dafür? Nacht ja ich weiß es ist Nacht Stirb, du blöde Zombie... Stirb, du blöde Zombie... Boah... So, warte, was wollte ich jetzt? Ah, was wollte ich denn jetzt? Ah, was wollte ich denn jetzt? Achja, ich wollte gucken, wie ich das machen kann... So, jetzt wollen wir jetzt mal eine kurze Ruhe, die brauch ich jetzt? Hat jemand von euch Eier? Ja, ihr vielleicht in der Hose... Alles klar! Äh, sollt ihr nicht schlafen? Könnt ihr, oder? Äh, ne... Wie soll das denn funktionieren? Mit kleiner Dive... Ähm... Ah... Bäh... Toll... Bob... An... Also, ich kann schlafen... Jo... Auch Jane nicht, glaub ich... Schnitt... Ah... 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 Was ist los da? Kann man gar nicht machen... Hat jemand... Nein... Hm? Nein... Pfff... Ich... Ähm... Kaka... Äh... Rosengranit... Schwarzer Granit... Ich habe Rosengranit... In deinem Haus? Ja... Aber ich weiß nicht wie viel... Ich brauch nur einen... Reicht schon... Ja... Ja... 100 Titer hab ich höchstens... Ein... Windows... Also hier... Oh... Ach... Hier sind mehrere Kisten... Was sinds eigentlich für Bäume hier? Rosengranit... Rosen... Jetzt haben wir jetzt gerade durch die Tür... Ein... äh... Filetscher getötet... Ich war's nicht... Rosen... Granit... War das richtig? Eclogit... Ach... Klar... Ich hab auch Eclogit... Ich... Ich... Oh hallo hallo... Hast du dich erschrocken? Ja... Ah... So... Ihr braucht unbedingt Kühe... Für Leder... Und für Milch... Und so... Lalalalalala... Du sag genau... Da ist es... Weißt du? Wo kriegen wir denn Kühe ein bisschen her jetzt? Ja... Ich hatte ja welche... Aber die waren so weit weg... Die hätte man auch nicht nach Hause gekriegt... Wie kriegt man denn Firm-Tofu? Was für... Tofu? Firm-Tofu... So heißt das irgendwie nicht... Keine Ahnung was... Oh das ist was... So... Äh... Hallo Martin... Was? Ich... Was zum... Ja bitte... Alter... Wisst ihr wie geil ein Iron-Block aussieht? Ich weiß... Das ist ein Iron-Moon in Obsidian... Hm... Du bist der Eingang ist ja oder ist doch... Oh lol... Falsch... So... Ähm... Jome sind... Jome sind sowas drin... Ja sowas suchst du? Hm... Oh hier gibt's sogar Geschenke... Hm... Wenn du keine hast... Ja... Dann guck mal bei dir mal nach... Ähm... Ja gut... Ich sag dann mal... Tschüss für diese Folge... Was das Ende war sehr unspektakulär... Oha... Ich bin vergiftet... Oha... Tut mir leid... Bis zum nächsten Mal... Tschüss... 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 Ja...